Wir sind ja mit diesem Text fast am Ende des Römerbriefes angelangt. Das habe ich schon beim letzten Mal gesagt, dass wir fast am Ende sind mit allem, was uns hier gesagt ist. Aber heute gilt es noch einmal, das, was Paulus hier schreibt, klingt wirklich nach Ende, nach Briefschluss, nach Restgedanken. Sozusagen, ich habe meine Arbeit getan, der Auftrag ist erfüllt, jetzt sehen wir mal, was noch zu sagen wäre. Was fehlt da noch, was gibt es zum Schluss noch zu erwähnen, zu ergänzen? Haben wir was vergessen, bevor ich nach Jerusalem gehe oder nach Spanien oder nach Rom oder in den Ruhestand oder was immer da kommen mag? Was ist noch zu sagen? Das wäre ein Finito. Schluss, aus, Ende, fertig, vorbei. Dann würden wir diesen Abschnitt noch aus purer Höflichkeit und aus Respekt vor Paulus lesen, würden zur Kenntnis nehmen, dass er noch eine Kollekte für die Heiligen in Jerusalem im Gepäck hat. Ansonsten würden wir gar nichts Substantielles mehr erwarten von diesem Rest des Römerbriefes. Oder ist dieser Abschnitt etwas ganz anderes, nicht Finito, sondern Finale? Was ja fast genau so klingt. Klingt beides nach Ende, nach irgendetwas, was jetzt zum Schluss kommt und doch etwas völlig anderes ist, Finito oder Finale? Ich hoffe, Sie haben nicht gedacht, was für eine alberne Formulierung für eine Predigt. Ich war selbst ein bisschen gehemmt, ob man das so sagen darf und dann dachte ich, doch, das muss man so sagen, denn es geht wirklich um diesen kleinen, feinen Unterschied, der am Ende ein riesengroßer Unterschied sein wird. Ob wir Finito sagen, alles am Ende, alles fertig, Schluss, da kommt nichts mehr. Oder ob wir hier heute Morgen sitzen mit Römer 15 vor uns und sagen, jetzt liegt das Finale vor uns. Nicht Finito, nicht Schluss, Ende, Aus, sondern da wartet etwas auf uns. Da wird uns eine Perspektive gezeigt, die weit über Römer 15, weit über Römer 16 hinausgeht. Wir kennen das ja aus anderen Zusammenhängen, wenn jemand unter uns verstorben ist, dann sagen wir auch nicht einfach, Finito, das war's, Aus, Ende, vorbei, da kommt nichts mehr, sondern wir sagen, dass da ein Leben ans Ziel gelangt ist, das Eigentliche kommt jetzt, Finale. Ein Durchgang zur Herrlichkeit in die ewige Gegenwart des Vaters, das ist Finale, nicht Finito, also ein ganz kleiner, feiner Unterschied, der riesengroß sein wird. Ähnlich auch hier in Römer 15, alles scheint gesagt, vorbei, erledigt zu sein. Oder gehen die Perspektiven von Paulus noch viel, viel, viel weiter, als wir vielleicht gedacht haben. Vieles hatte er ja schon angekündigt, auch im Verlauf dieses Römerbriefes, wenn wir das doch einmal sehen, dass Paulus immer perspektivisch denkt, nicht einfach sagt, so ist das, Punkt, fertig, Finito, sondern Perspektiven sehen wir bei ihm, das heißt, Paulus geht von einer Tatsache aus, die sehr präzise und klar benannt werden kann und zieht dann seine zwingenden logischen Konsequenzen. Das ist perspektivisch gedacht, wir haben das in Römer 5 etwa ganz geballt, das ganze Kapitel ist eigentlich perspektivisch gedacht, wenn wir etwas sehen, wenn Paulus das so formuliert, ich sage es ein wenig mit meinen Worten, wenn das wahr ist, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Vers 9, um wie viel mehr werden wir dann durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch ihn gerecht geworden sind. Logische Konsequenz, da kommt etwas ganz, ganz Großes danach, was man vorher noch nicht sehen konnte. Wenn das wahr ist, Vers 10, dass wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, also nicht als wir schon so fromm geguckt haben, so mit einer erhöhten Bereitschaft, dass wir uns überreden lassen könnten, sondern als wir noch Feinde waren. Um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind, also in einem völlig anderen, neuen Stand schon stehen, wenn das wahr ist, Vers 17, dass wegen der Sünde des Einen der Tod geherrscht hat durch den Einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den Einen, Jesus Christus. Da geht eine Herrlichkeit auf, eine Dimension, die wir gar nicht hätten denken können, wenn das wahr ist, dass, Vers 18, durch die Sünde des Einen, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, was wir ja eigentlich für total ungerecht halten. Das kann man ja fast gar nicht ertragen, diesen Gedanken, aber darauf will Paulus ja gar nicht hinaus. So ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Wenn das wahr ist, Vers 19, dass durch den Ungehorsam des Einen Menschen, die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten. Und ein letztes, Kapitel 8, Vers 11, wenn das wahr ist, dass der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Also immer mit diesem Vorsatz, wenn das wahr ist. Könnte ja auch nicht wahr sein. Könnte ja auch in ihrem Leben noch nicht wahr sein. Es gilt immer nur unter dieser Prämisse, wenn das wahr ist, dass der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und wir sehen immer vom Kleinen zum Großen. Immer von der Andeutung zum Vollendeten. Immer vom Teilchen zum Ganzen. Das ist dieses perspektivische Denken von Paulus, bis dahin, dass er in 1. Gründer 7 etwas ganz Sonderbares sagen kann, was manche von uns vielleicht auch ganz persönlich betreffen mag, wo es nämlich heißt, wenn ein gläubiger Mensch mit einem ungläubigen Ehepartner verheiratet ist, was ja an sich schon manchmal sehr, sehr schwer sein kann, dass der Gläubige sich nicht scheiden soll, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Da haben wir schon Mühe. Merken Sie das? Das lässt sich fast gar nicht denken, was das für uns heißt. Also für all die, vor allem, die in solch einer Situation leben. Eigentlich muss man sagen, Paulus, das ist jetzt wirklich irre. Das geht doch nicht. Aber Paulus sagt das sehr, sehr deutlich und sehr betont. Und dann kommt erst der Schlusssatz, Sonst wären eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Grandios. Von einem aufs Ganze geschlossen. Vom Kleinen zum Großen aufs Ganze. Paulus denkt weiter. Paulus zieht sehr scharf logisch zwingende Konsequenzen aus dem, was er gesagt hat, was eindeutig ist. Er kommt immer vom Kleineren zum Größeren. Wir haben ähnliche Gedankengänge auch an anderen Stellen, zum Beispiel in 1. Korinther 15, wo es um die Ordnungen der Auferstehung geht. Von Vers 20 an, 1. Korinther 15, da heißt es, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn wenn sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden, wenn er kommen wird, Entschuldigung, eint jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach, und jetzt kommt ein sehr sonderbares, oder ein schwieriges Wort, nämlich da heißt es, danach das Ende. Und da könnten wir wieder uns verfangen in diesem Gedanken, finito, Schluss, danach ist einfach alles aus, alles vorbei. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt vernichtet hat. Und in dieser Aufzählung ist eine ganz wesentliche Bedeutung, wie läuft diese Aufzählung als Erstling Christus. Er hat ja gesagt, das ist eine Ordnung, also eine Aufzählung als Erstling Christus, danach die, die Christus angehören. Wir würden sagen, erstens, zweitens, drittens. Ja, das ist unsere Aufzählung. Erstens, zweitens, drittens. Er hat gesagt, erstens Christus, zweitens die, die Christus angehören, drittens aus. Ende, vorbei, finito. Und das würde heißen, der Rest geht den Bach runter. Aber der Rest wird vernichtet. Denn es hieß ja, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Das wäre das Ende. Die paar Hansel, die da zum Glauben gekommen sind bis dahin, die sind da irgendwo an ihrem Ort und der ganze Rest ist verloren. Finito. Und darum ist diese Frage so wichtig. Finito oder Finale? Was erwarten wir da? Wenn er alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt vernichtet hat. Der Tod und sein Reich werden vernichtet. Klingt ja grausig. Wenn wir aber genau hinsehen in der Offenbarung, da steht es ja mit dem Tod und seinem Reich. Was wird denn da vernichtet? Der Tod und sein Reich. Nachdem er die Toten herausgeben musste. Und jetzt wird der Tod und sein Reich und alle Macht und alle Gewalt und alle Herrschaft vernichtet. Nachdem er die Toten herausgeben musste. Das ist hier die Frage. Ist gemeint Finito oder Finale? Als Erstling Christus, danach die, die Christus angehören, danach das ganz große Finale. Von dem wir noch nicht genau sehen können, wie das weiterläuft, wie das genau geht, aber nicht Finito, sondern Finale. Das ganz große Ende, das ganz große Ziel. Das, was Vollendung meint. Nicht Ende und Schluss. Und ähnlich geht es hier in Römer 15, Briefschluss, oder geht es jetzt hinein in dieses große Finale Gottes mit seiner Welt. wo wir sehen, dass Paulus um jeden Preis, und das sage ich bewusst so, um jeden Preis die letzten Schritte in diesem Finale auch noch gehen will und dabei sogar sein Leben riskiert. Wir haben das gelesen und gehört, wo es darum geht, dass er die Gemeinde in Rom darum bittet, helft mir zu kämpfen, wenn ich nach Jerusalem gehe. Die Leute von Ephesus und von Biele haben gesagt, bleib doch da weg. Lass das doch. Du musst doch gar nicht dahin. Und jetzt fängt er an zu jammern und sagt, helft mir zu kämpfen, wenn ich dahin gehe. Nein, nein. Sondern er muss, er muss dahin, nach Jerusalem. Er muss diesen letzten Weg gehen zum großen Finale. Warum ist das so wichtig, nach Jerusalem zu gehen? Wir haben ein wenig schon beim letzten Mal gesehen, nämlich, dass Paulus ja nicht das Gesetz komplett hinter sich gelassen hat, dass er das Gesetz nicht einfach abschreibt und sagt, das spielt keine Rolle mehr, sondern er hat nur eines für erledigt beschrieben, nämlich die Gerechtigkeit aus den Werken des Gesetzes. Die ist finito. Da ist Schluss. Das gibt es nicht. Keine Gerechtigkeit aufgrund von Moral, von Humanismus, von Gelehrsamkeit, von Frömmigkeit, von irgendwelchen guten Dingen, die wir in uns haben. Keine Gerechtigkeit aus den Werken des Gesetzes, aber niemals hat er das Gesetz an sich einfach so vom Tisch gefegt. Man hat ihm das immer wieder vorgeworfen. Aber Paulus betont, das Gesetz ist heilig und gut. Das Gesetz ist Wahrheit. Das kennt er als Pharisäer, als Schriftgelehrer natürlich. Das Gesetz ist die ganze Weisheit Gottes im Buchstaben. Wir können sogar sagen, im Gesetz ist der Weg, die Wahrheit und das Leben verborgen. Verborgen. Das Gesetz ist nicht Weisheit. Es ist nicht Weg, Wahrheit und Leben, aber Weg, Wahrheit und Leben sind im Gesetz verborgen. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Immer wieder diese Gedanken. Das Gesetz ist genial, heilig und gut. Dabei bleibt Paulus. Und jetzt schickt er sich sozusagen an, normalerweise gebrauche ich solche Wortformulierungen nicht, aber jetzt schickt er sich an, dieses wesentliche, letzte, unscheinbare Detail des Gesetzes auch noch zu erfüllen. So unscheinbar dieses Detail auch aussehen mag, so gigantisch ist es zugleich. Was wir hier sehen, das ist das Thema in Römer 15. Wenn wir noch einmal dazu die verschiedenen Feste Israels anschauen, dann werden wir verstehen, was Paulus hier eigentlich treibt. Oder besser gesagt, was ihn so massiv treibt. Die Feste Israels spielen da eine große Rolle. Wir haben sie ja zum großen Teil übernommen. Wir feiern irgendwie ähnlich das Passafest, wir feiern irgendwie ähnlich Ostern, wir feiern auch das Pfingstfest, anders als damals in Israel, aber irgendwie feiern wir es auch. Wir haben alles mehr oder weniger übernommen, ohne den eigentlichen Sinn zu verstehen und zu sehen, was es denn heißt. Zum Beispiel gibt es da ein Fest, das heißt Reschid. Kennen Sie das überhaupt? Reschid. Ein ganz unscheinbares Fest wird heute auch kaum noch begangen in Israel. Das ist der Beginn des Festes der Erstlingsfrüchte. Das sagt uns jetzt auch nicht so viel, außer dass es was mit Ernte zu tun hat. Zusammen mit dem Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote gehört auch dieses Fest dazu. Bei der ersten Ernte des Jahres, bei der allerersten Ernte des Jahres blieb zunächst eine einzige gebundene Garbe stehen. Alles wurde geerntet von dieser ersten Ernte, das war Gerste normalerweise, und eine einsame Garbe blieb gebündelt auf dem Acker einfach stehen. Eine sehr, sehr sonderbare, geheimnisvolle Aktion. Da sieht man jetzt dieses Feld und mittendrin so eine Garbe. Was soll das? Schwer zu verstehen. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, also gleich darauf, wurde diese Garbe dann geschnitten und am dritten Tage wurde sie im Tempel durch den Priester als Opfergabe gebracht. Das heißt, auch das ist sehr geheimnisvoll und sonderbar, sie wurde vom Priester vor dem Altar geschwenkt. Und da fasst man sich ein wenig an den Kopf und denkt, was soll das? Beides. Erst steht sie da auf dem Feld, auf dem Acker, dann wird sie geschwenkt vor dem Altar von dem Priester in einer sehr ernsten, seriösen Handlung, die auch heilig ist, selbstverständlich. Der Sinn ist, dass mit diesem Erstlingsopfer die ganze Ernte geheiligt wird. Das hatte ich schon erwähnt. Das ist nicht neu. Die ganze Ernte wird durch das Teilchen geheiligt. Damit ist alles heilig. Und wir verstehen, dass es ein doppelsymbolischer Vorgang ist. Einmal das Kleine für das Große und das Große für was ganz anderes. Das ist die tiefe Symbolik dieser Beschreibungen. Es geht um die Heiligung der ganzen Ernte durch die Heiligung der Erstlinge, Pars pro Toto, das Teil für das Ganze. Und schon diese Beschreibung ist sehr aufschlussreich, denn diese Gabe, die da übrig bleibt, wenn Sie so wollen, können Sie sagen, die in dieser Einsamkeit und Verlassenheit steht, das ist zugleich die Einsamkeit und Verlassenheit des Sohnes. Der einzig und allein, wenn Sie so wollen, einzig und allein, da steht und von allen verlassen ist. Wir denken an die Formulierung von Paulus in Römer 3, 25, den hat Gott für den Glauben hingestellt. Da steht er nun, sichtbar für alle, unverrückbar, als Sühne in seinem Blut. Später sagt Paulus im 2. Korinther 5, er hat das Wort von der Versöhnung aufgerichtet. Es sind immer dieselben Formulierungen. Da steht etwas, was man nicht übersehen kann. Diese Garbe mitten auf dem Acker, wo man sich fragt, was soll das? Und da steht das Kreuz, was soll das? Da ist das Wort von der Versöhnung. Manche sagen immer noch, was soll das? Ein Ärgernis, Torheit. Wozu brauchen wir das? Da steht es. Und wir sehen darauf, was wir vor Augen haben. Und die Nähe dieses Festes zum eigentlichen Passafest, bei dem gleichzeitig das Lamm für die Sünde der Welt, die Sünde der vielen geschlachtet wird. Diese Nähe ist ja zumindest beeindruckend, dass hier alles in eins fällt, alles zusammen geht. Die ganzen verschiedenen Fäden aus dem Gesetz zusammenlaufen und ein Ganzes ergeben. Der erste Tag der ungesäuerten Brote, an dem die Garbe geschnitten wird, am dritten Tag sie Gott geweiht wird. Der erste Tag der ungesäuerten Brote ist um Karfreitag. Manche sagen, es ist Karfreitag. Dieses Fest regiert, das ist der dritte Tag. Am dritten Tage auferstanden, das ist Ostern. Vielleicht feiern sie es deswegen heute nicht mehr oder nicht mehr so gerne oder so bewusst. Aber dieser dritte Tag, wenn der Priester im Tempel seine Garbe schwenkt und vielleicht selber sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Wozu brauchen wir das? Und keine Antwort darauf findet. Er im Tempel draußen vor der Stadt springt gerade der Stein vom Grab weg und Jesus wird auferweckt. Und das hängt zusammen. Das Grab Jesu mit dem, was im Tempel nach dem Gesetz getan wird. Der Priester feiert seinen Gottesdienst, bringt seine Erstlingsfrucht dar, schwenkt sie vor dem Altar, sie wird geheiligt, draußen steht Jesus von den Toten auf. Das ist dieser Gedanke, das ist diese Verbindung, die da ist und die geht weiter. Kerngedanke, durch den Erstling wird das Ganze geheiligt, nicht nur die Ernte durch diese Garbe, sondern auch das Volk oder das, was dann daraus entspringt, durch den Erstling Jesus, der immer als der Erstling beschrieben wird, als Erstling auferstanden von den Toten. Und an diesem Tag der Erstlingsfrüchte wird er als Erstlingsopfer für sein Volk dahingegeben. Sein Volk hat keine Ahnung, was da passiert, aber was er da tut, er weiß es. Er muss das wissen, was er tut. Er muss wissen, worauf das hinausläuft, was noch alles kommt und dann kommt das Passalam, Karfreitag. Das fällt sozusagen in eins. Nach Karfreitag kommt Ostern, der dritte Tag der Erstlingsfrüchte, der Tempel schwenkt seine Garbe vor dem Altar, draußen beginnt das Unglaubliche und kaum jemand kriegt es mit. Kaum jemand kriegt es mit, was da Großes geschieht. Und dann, nach einigen Tagen, heißt es, dass die Hünger in Jerusalem bleiben sollen. Sie sollen warten. Sie wissen nicht genau, worauf, aber sie sollen bleiben, denn mit diesem Reschid beginnt nun etwas, was man das Zählen der Tage nennt. Sieben Tage. Das haben wir schon gesehen. Nicht sieben Tage, sondern sieben Sabbat-Tage. und am Tag nach dem siebenten Sabbat-Tag, das ist der fünftigste, Pentakoste, Pfingsten. Das verstehen sie noch nicht. Sie sollen warten auf ein großes Ereignis und dann erleben sie, dass an Pfingsten, das ist ja wieder ein Erntefest, das ist das Erstlingsopfer der späteren Erstlinge. Da ist der frühe Erstling und da sind die späteren Erstlinge und dann verstehen wir vielleicht, wie stringent sich Paulus an diese Linien hält. Das Opfer der Erstlingsgabe, geschnitten, vor dem Altar dargebracht, die Auferstehung, dann warten sie und sie warten und sie warten, sieben Sabbat-Tage plus einen und dann erleben sie diese gewaltige, dieses gewaltige Ereignis am Pfingsten, das ja sehr, sehr nüchtern beschrieben wird in der Apostelgeschichte 2, aber immer verbunden mit dem Gedanken an die Ernte und die Ernte ist auch noch einmal ein Symbol, ein Signalwort für uns, ein Zeichen für uns, da fallen uns manche Bibelworte ein, die das schon beschrieben haben, etwa, eigentlich ein adventliches Wort, Jesaja 9, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finstern lande, scheint es hell, du wächst laut in Jubel, du machst groß die Freude, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wenn man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt, das ist Pfingsten, da geht es zur Ernte, da wird es jetzt sichtbar, was gewachsen, was geworden ist. Wenn Sie noch mal die Beschreibung in Apostelgeschichte 2 nachlesen, nicht nur die gewohnten Formulierungen Apostelgeschichte 2, 42, sondern was danach noch alles kommt, wenn es beschrieben wird, was für ein Jubel da ausbrach, wie die außer sich waren, du wächst laut in Jubel, du machst groß die Freude, da haben wir eine Ahnung, was dafür, ich sage es mal ganz platt, für ein Leben in die Bude kam plötzlich. Nicht nur, dass Sie sich ein wenig gefreut haben und sagen, ach ja, wie schön, wir haben jetzt einen Heiligen Geist, sondern Sie waren außer sich vor Freude. Oder ein anderes Bibelwort, wenn Jesus sagt in Lukas 10, Jesus sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dass ich bei diesem Wort jahrelang innerlich zusammengezuckt bin und dachte, oh, das klingt nach richtig viel Arbeit, lass uns schnell verschwinden. Ja, das wäre ja eine mögliche Konsequenz. Das ist uns zu viel auf einmal, also nichts wie weg. Eigentlich heißt es ja, wir haben keine normale Ernte zu erwarten. Das ist nicht das, was man schon kennt. Eine Wiederholung von dem, was man jedes Jahr so macht mit der Ernte, wo man sagen könnte, wir kriegen das hin, wir haben das schon 27 Mal hingekriegt und das 28. geht auch noch. Nein, sagt Jesus, für diese Ernte seid ihr viel zu wenig. Diese Ernte wird zu groß sein. Diese Ernte wird alles überragen, was ihr jemals an Ernte gesehen und erlebt habt. Die Ernte ist größer, als wir jemals erwarten können und darum sollen sich die Hünger, sollen sich die Gemeinde, sollen wir uns ganz anders aufstellen, um diese Flut der Ernte zu bewältigen. Nehmen Sie das Schild mit. Das ist der direkte Weg. Die Ernte ist groß, es gibt viel zu tun. Da sind noch so viele, die keine Ahnung haben von dem, was im Heiligtum geschehen ist und was außerhalb des Heiligtums auch noch geschehen muss. Dass wir das verstehen, was hier geschieht, wird, dass wir nicht nur sagen, ach, das sind ja so wenige, wir bemühen uns seit Jahren und Jahrzehnten manche, dass da endlich mal einer zum Glauben kommt, dass er dann auch mit in die Gemeinde geht und sogar in der Gemeinde bleibt und nicht nach ein, zwei, drei Jahren sage, ach, das war doch nichts für mich, sondern dass da Menschen kommen, nicht nur wenige, sondern dass wir seinem Wort vertrauen, wie groß diese Ernte sein wird, keine mickrige Ernte, immer dieser Gedanke, da kommen nur so wenige zum Glauben und der ganze Rest ist finito. Nein, es geht ins Finale. Macht euch bereit für diese ultimative Ernte, die noch aussteht, die wir noch nicht eingefahren haben, nicht nur das Ende ist nahe, sondern die Vollendung wartet noch auf uns, nicht nur viel Arbeit liegt vor uns, sondern wir stehen vor einem einzigartigen großen Finale. Wie sieht das Ganze bei Paulus jetzt aus, Römer 15? Wir sind ja noch nicht ganz durch mit diesem Kapitel. In Vers 21 hat er es zunächst Jesaja 52 zitiert und gesagt, ich habe getan, wie geschrieben steht, er wird viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten, denn denen nichts davon verkündigt ist, die werden es nun sehen und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Und später in Rom wird er hier noch einen ganz wesentlichen Satz anfügen, nämlich Apostelgeschichte 28 Vers 28 Eines sei euch kundgetan. Wir können auch sagen, das eine lasst euch gesagt sein. Das vergesst nicht. dass den Heiden dieses Heilgottes gesandt ist. Und da kommt ein schönes Wort. Und sie werden es hören. Sie werden es hören. Was können wir sagen, ob sie wollen oder nicht? Sie werden es hören. Zinzendorf hat das zu einem Prinzip seiner Mission gemacht. Zinzendorf hat ja eigentlich keine Gemeinden gegründet, auch in der Mission. Ich habe nicht gesagt, wir müssen Kirchen bauen, wir müssen Gemeinden irgendwie zusammen sammeln, sondern Zinzendorf hat gesagt, wir suchen Erstlinge aus den Nationen und wenn wir deren zwei bis vier haben, verrückt, in der Mission, zwei bis vier, so überlassen wir sie dem Heiland, was er durch sie tun will. Da durchfährt es uns ein bisschen, dass wir sagen, das geht doch nicht. Wesley hat gesagt, so zeugt man Kinder für den Satan. Zwei oder vier und die überlässt man einfach sich selbst. Auch der Kämmerer aus dem Morgenland, aus Äthiopien ist einfach so gegangen. Wir wissen nicht, was er gemacht hat. Der Heilige Geist kann sich das leisten. Vielleicht hat Zinsendorf das verstanden. Man kann auch zwei oder drei oder vier dann irgendwo hinschicken und sagen, jetzt seid ihr Gemeinde Jesu. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich auch. Und lässt sie jetzt in die Mission gehen. Wir überlassen sie dem Heiland, was er durch sie tun will. Ähnlich sagt Paulus, ich habe meine Aufgabe in diesen Ländern jetzt abgeschlossen. Das sind noch Hunderttausende, vielleicht Millionen, ich habe keine Zahl vor Augen, wie groß der ganze nordeuropäische Kram dann noch war. Paulus sagt, ich habe keine Aufgabe mehr, ich bin fertig. Meine Berufung habe ich erfüllt, in diesen Ländern habe ich nun keine Aufgabe mehr, aber er sagt zugleich, ich bin noch nicht ganz fertig. Es fehlt ein kleines unscheinbares Detail und das muss erfüllt werden, damit das ganze Gesetz vollendet wird. Damit wir sehen die Wunder an seinem Gesetz, kein Finito, sondern Finale, noch einmal. Denn jetzt gehe ich nach Jerusalem und wenn ich mein Leben dafür riskieren muss, kann ich das nicht lassen. Warum? Weil die Heidenchristen eine Kollekte gesammelt haben für die Heiligen in Jerusalem. Da heißt es, in Mazedonien und Achaia haben sie willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Das klingt banal. Was soll das schon bedeuten? Eine kleine gemeinsame Gabe von den Mazedoniern Achaiern. Das ist sehr vorsichtig formuliert in 2. Korinther 8 wird es viel deutlicher. Da sagt Paulus nämlich, die in Mazedonien, die haben darauf bestanden. Sie haben darauf bestanden. Die haben selber nichts, sagt Paulus auch. Die sind arm wie die Kirchenmäuse. Die haben gar nichts, was sie eigentlich geben könnten, aber sie haben über die Maßen gegeben und gesammelt für die Heiligen in Jerusalem. Sie haben sich aufgedrängt. Obwohl sie es eigentlich nicht konnten oder mussten. Warum? Weil es um eine kleine Kollekte ging, weil es um eine Geste ging, das sicher nicht, sondern weil durch diese Gabe eine Einheit entstehen sollte, eine Beziehung oder wie es Paulus sagt, eine Koinonia. Wir haben das schon einmal gesehen. Koinonia ist nicht nur, wenn wir sagen, wir hatten am letzten Freitag eine schöne Gemeinschaft, wie wir es ja oft sagen in der Gemeinde, war eine schöne Gemeinschaft. Es geht nicht um schöne Gemeinschaft, es geht um die Verbindung, dass eine Einheit hergestellt wird zwischen Judenchristen und Heidenchristen, zwischen den Gläubigen aus den Nationen und dem Volk Israel, Römer 9 bis 11, das muss eingepflanzt werden. Es ist doch gar nicht raus, ob den Heiligen in Jerusalem die Gemeinde gemeint ist, denen sie Schuldner geworden sind, denen sie einfach schuldig sind, oder ob das in das Volk Israel, in den Tempel hinein muss. In jedem Fall, sie erfüllen das, was sie jetzt erfüllen müssen und wollen und dürfen und er bringt diese Kollekte da hinein nach Jerusalem, nämlich Johannes 17, Sie kennen das alle, wie du mich gesandt hast in die Welt, sagt Jesus in diesem hohen priesterlichen Gebet, so sende ich sie auch in die Welt, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, da ist eine ganz weite Perspektive und dann kommt dieser kleine Satz, damit sie alle eins werden, eins werden, nicht damit sie alle einer Meinung sind, darum geht es gar nicht, oder damit sie alle Jahre nach Jerusalem fahren und da großes Fest feiern, ist auch schön, ist aber nicht gemeint, sondern dass sie eins werden in Jesus, um diese Einheit geht es, die muss hergestellt werden und die soll auch im Tempel hergestellt werden, durch den Priester, der dafür zuständig ist, der weiß zwar auch nicht, was er tut, aber er macht es, ist genial, wie Paulus das irgendwie doch hinkriegt, Epheser 4, können Sie es nachlesen, von dem Leib, der da entstehen muss, die Einheit des Leibes, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, eure Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, damit er alles erfülle, damit die ganze Fülle entsteht, vollendet wird und diese Einheit will Paulus in Jerusalem, da steht ein Wort, das können wir fast gar nicht aussprechen, Svagizomai im Griechischen, da merkt man schon, das ist nicht irgend so was, da muss man sich fast anstrengen, das überhaupt auszusprechen, hinzukriegen, zu denken, nämlich diese Einheit will Paulus in Jerusalem versiegeln, das ist das Wort, ich will das in Jerusalem im Tempel versiegeln, dieses Wort wird auch gebraucht, wenn jemand einen Schlussstein setzt, sozusagen das Grab versiegelt und mit diesem Stein, mit diesem Siegel ist endlich, das können wir fast sagen, finito, endlich das Ziel erreicht und zugleich Finale. Denn es geht weiter, das kommt später, das kommt nicht mehr heute Morgen, aber es geht weiter, die Perspektive ist noch lange nicht am Ziel. Er will es versiegeln, er will diesen Schlussstein setzen und wenn wir sehen, wer sind die von Mazedonien und Achaia, das sagt Paulus im ersten Grunde 16, das sind die Erstlinge aus den Nationen. Er kauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm, heißt es später in Offenbarung 14 Vers 4. Und wo Erstlinge sind, da kommen die vielen immer hinterher. Wo etwas angefangen hat, da kommt das Große danach. Erstlinge sind der Anfang, das Angeld, die Anzahlung für das große Finale. Diese Erstlinge müssen geheiligt werden aus Israel, aus der Gemeinde, aus den Nationen, damit durch sie alle geheiligt werden. Und darum muss Paulus jetzt mit dieser Gabe nach Jerusalem die Erstlingsgabe von den Erstlingen aus den Nationen. Und da sagt Heinrich Spangenberg, einer der Ausleger, eine sehr schöne Formulierung, er bringt die Sammlung der Erstlingsfrucht aus den Nationen zur Aufrichtung, da haben wir wieder dieses Bild, des Aufgerichteten, des Vollendeten, aber auch Aufgerichteten, des volleren Pfingstzeugnisses nach Jerusalem. Und darum geht Paulus nach Jerusalem und zählt sieben Tage. Das macht er nicht irgendwann zwischendurch, sondern stringent nach dem Gesetz. Er lässt sich sogar die Haare schneiden. Er hat ein Gelübde getan. Und er geht dahin, in den Tempel, stringent nach dem Gesetz, zählt die sieben Tage, die sieben Sabbat-Tage. Und am Fünfzigsten geht er hin, Pfingsten, und bringt diese alberne Kollekte in den Tempel. Und wir verstehen dann sein Gebet, wenn er dann sagt, ich ermahne, ich bedränge, ich beschwöre euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott, damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa. Die Epheser hätten gesagt, das hättest du leichter haben können, bleib einfach da weg und alles wäre gut gewesen. Nein, aber er muss da hin und die von Rom bittet er, mahnt er, drängt er, beschwört er nahezu, helft mir zu kämpfen, dass diese Frucht, sagt er hier, diese Frucht, diese Erstlingsfrucht abschließend endgültig besiegelt werden kann, vollendet werden kann, damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem, für die heilige Stadt tue, den Heiligen willkommen sei, damit dieses letzte kleine unscheinbare Detail nach dem Gesetz auch noch vollendet werden kann, weil er das natürlich ahnt, dass das die Juden in Jerusalem nicht ertragen werden, dass da eine Gabe, eine Frucht, eine unreine Gabe von den Heiden in den Tempel gebracht wird, das ist selbst, das weiß Paulus, selbst für die Judenchristen fast nicht zu denken, dass das in den Tempel soll. Selbst ob die Brüder in Jerusalem das akzeptieren werden, ist ihm noch fraglich. Die Gemeinde wird zutiefst irritiert sein. Und darum helft mir im Gebet zu kämpfen in diesem letzten Kampf auf diesem letzten Weg. Und wenn ich dann dadurch bin, wenn ich dann auf meiner Reise nach Spanien, von der wir nicht wissen, ob sie stattgefunden hat, möglicherweise ja, wir wissen es nicht, aber auf diesem Weg nach Spanien, wenn ich bei euch in Rom vorbeikomme, dann komme ich nicht mit leeren Händen zu euch. Dann komme ich nicht so zu euch, wie ich heute vor euch stehe, sondern dann komme ich mit dem vollendeten Segen Gottes zu euch. Dann ist alles vollendet und alles vollbracht. Nämlich das, was mit 1. Mose 12 angefangen hat. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das hat ja anfangs kein Mensch verstanden, was es heißt. Auch Abraham hat es nicht verstanden, auch Mose hat es nicht verstanden, auch die Propheten haben es nur ansatzweise sehen können, was das heißt. Gesegnet alle Geschlechter auf Erden. Einer der wenigen, das verstanden hat, war Jesaja. Jesaja 60, wieder eigentlich Advent. Die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen, die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sie umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm getragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Und genau das passiert jetzt. Ein Angeld nur. für die Schätze der Völker am Meer der Reichtum wird sichtbar. Das gilt. Ob das wenig ist, ob das nur ein paar Hansel sind, die da zum Glauben kommen, das ist nicht das Ende. Das Finale kommt erst noch. Und wenn das wahr ist, dass durch die Erstlinge immer das Ganze gemeint ist und geheiligt ist, dann dürfen wir jetzt Ausschau halten nach dem, was da kommt. Ein großes Finale. Niemals finito. Dann verstehen wir auch, wie Paulus seinen Brief angefangen hat, in Römer 1, Vers 11, was sehr nüchtern klang, da schrieb er nämlich, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken, das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde, durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Das klingt ja zum Einschlafen, was Paulus hier beschreibt. Nichts Gewaltiges, aber Paulus will genau das ja sagen. Wir haben solch ein gigantisches, großes, geniales, unfassbares Evangelium, solch eine unglaubliche Botschaft weiterzugeben, solch eine Fülle des Segens, die kommt erst am Ende vom Römerbrief, aber Paulus sieht es natürlich schon. Und wenn ich dann komme, dann komme ich nicht, wie wir vorhin gehört haben, dass ich mich ein wenig an euch erquicke, sondern dann ist der Jubel da, weil es vollendet ist. Wir haben es ja selber gesungen, der letzte Feind des Menschen hat nicht das letzte Wort. Das Zeichen deiner Liebe ragt in den Himmel auf, ein Ärgernis für viele, doch Rettung dem, der glaubt. Du hast das Kreuz gewählt zum Heil für diese Welt. Es erklingt das Lied des Lebens, hoffentlich wird es noch, sondern es ist vollbracht. Der Weg ist frei durch das Kreuz. Das ist nun vollendet und darum verlangt es mich danach, euch zu sehen, weil wir solch eine grandiose Botschaft haben, kein Finito, sondern ein riesiges Finale, das alle Erwartungen übertrifft. Die Frage ist relativ einfach. Sind Sie dabei? Sind Sie dabei? Gehen Sie damit? Wollen wir dabei sein? Finito oder Finale? Wählen Sie es Finale. Alles andere ist Käse. Finale, das steht vor uns. Und dieses Finale tragen wir raus. im Beten, im Mitgehen, im Tragen, in den Zeichen, die wir aufrichten, wie eine Garbe mitten auf dem Feld. Und jeder soll es sehen. Ich bete noch. Darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen dafür danken, dass du bei uns nie am Ende bist, dass nie Schluss ist, dass nie einfach nur etwas vorbei ist, sondern dass du uns noch einmal neu rufst, dass wir wach werden, dass wir aufmerksam werden, dass wir im Gebet bleiben, dass wir in deinem Zeugnis bleiben und dass wir all die Zeichen, die wir schon haben, deutlich sichtbar aufrichten, mitten unter uns. In unseren Häusern, vor unseren Häusern, überall da, wo wir sind. Und das wollen wir tun in diesen Tagen. Wir wollen uns senden lassen in diese große Ernte, die vor uns liegt, auch wenn es erst nur ein Zwischenschritt ist. Und wollen dir und deinem Wort vertrauen, dass es eine große Ernte gibt, dass es größer wird als das, was wir schon kennen. bitten dich ganz herzlich noch einmal darum, dass du uns darin segnest, dass du uns mutig machst, dass du uns erfüllt sein lässt von dir und deiner Freundlichkeit und Güte und Liebe und Klarheit und dass wir dann auch mutig uns senden lassen, dass wir auch gestärkt werden, dass du zu den Entmutigten kommst, dass du denen aufhilfst, die noch gar nicht denken können, wie das gehen soll, aber dass du mit deinem heiligen Geist und dem Geist der Heiligung in uns bist und dass du unsere sterblichen Leiber lebendig machst, das haben wir verstanden, das glauben wir dir und dem vertrauen wir und wollen dich ehren, indem wir mit dir unseren Weg weiter gehen. Wir loben dich und wir beten dich und dein Kreuz und dein Heil und deinen Namen an und in deinem Namen beten wir gemeinsam Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Namen dein Reich kommen dein Will geschehe wie im Himmel so auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute und verdieb uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schulden und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen Amen